Jey! Ein Stern und 25 Klunker und damit ein herzliches Willkommen zu Fint-Glücksrat. Ne, so heißt das Spiel ja gar nicht. Es heißt Best Fints. Ja, wir sind hier auf Level 18. Mein Name ist Mark Coxie und wir machen jetzt sofort wieder weiter hier. Und wir müssen... Oh, 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 jetzt ist natürlich... Am besten beginnen wir erstmal so. Wir brauchen nämlich 25 Lila-Pilze, 5 Regentropfen und 35 gelbe Blätter. Dass das jetzt noch so komplex wird, hätte ich nicht gedacht. Ach, ne, hier. Äußerst schwierig. Sehr, sehr, sehr schwierig. Schnecken müssen wir erstmal gar keine töten. Ja, Mist, da ist jetzt dieser scheiß Regentropfen im Weg. So. So. Ach, Mist. Das ist gar nicht so einfach. Das ist überhaupt nicht einfach. Aber hat ja auch niemand gesagt, dass das Ganze hier einfach werden soll oder wird. Ah, da geht's nicht weiter. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Das war sehr gut. Ach, die hätten wir auch noch mitnehmen können. Naja, egal. Wichtig ist jetzt nur... ...16 Züge. Okay, das ist sehr, sehr gut machbar. Denn jetzt rutschen hier noch ein paar Pilze runter. Die verbinden wir natürlich alle miteinander. Das geht leider nicht. Dann haben wir hier noch ein paar gelbe Blätter. Ach. Hallo. Hey, das gibt's doch nicht. Na. Komm, das geht doch auch anders. Ach, doch nicht. Naja, egal. Da waren noch fünf Regentropfen. Inklusive zwei Pilze, okay. Das wird knapp. Ah ja, schau sich das mal einmal an. Das hätte ich fast übersehen. Fast übersehen. Ja. Nur noch zwei Regentropfen? Das wird ziemlich schwierig werden. Es wird schwierig. Es wird schwierig. Ah. Das bringt's jetzt natürlich auch nicht. Wir werden jetzt ja wohl nicht wegen dem bisschen hier versagen. Ich hoff's nicht. Aber es scheint so. Das wird entweder ein sauknappes Ding. Das wird entweder ein sauknappes Ding. Oder es wird einfach unmöglich. Das ist wirklich sehr, sehr verzwickt. Das ist wirklich sehr, sehr verzwickt. Ja, ja, das war's. Ende Gelände. Noch mal von vorne. Schade. Schade, dass es nur an zwei so Regentropfen hängen bleibt. Das ist bitter. Ach nee. Das war noch bitterer. Das war noch bitterer. Ach nee. Was mach ich denn? Hier ist hier mal ein bisschen Platz. Okay. So, das ist jetzt auch mal weg. Von den Pilzen brauche ich ja auch welche. Schwupp. Das ist gar nicht so einfach. Ich hab keine Ahnung. Versuchen wir erst mal so die Regentropfen zu... Ach, das geht mal wieder nicht. Das hier ist natürlich blöd. Irgendwie muss das Ganze hier weg. Je... Nein! Oh, das gibt's nicht. Wir kacken wieder ab. Ich seh's jetzt schon. Das wäre jetzt natürlich... Gut. Besseres hätte ich jetzt nicht im Sinn gehabt. Das kriegen wir nicht hin. Wir kriegen das nicht hin. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Da müsste wirklich ein Wunder passieren. So, jetzt hätten wir hier wenigstens mal so die Regentropfen. Och, nö. Das ist echt schwierig. So, jetzt brauchen wir noch... Acht Pilze. Das kriegen wir ja... Wir kriegen's nicht hin. Bei... Zwölf gelbe Blüten. Drei. 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 Drei Stück. Noch zwei Stück. Wir haben's! Wir haben's! Wow! Schon 50 Stück gewonnen. Das ist ja Wahnsinn! Oha! Verbindend ein Spiel mit... Nein! Zum einen habe ich gar kein Facebook. Also das geht gar nicht. Oha! 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 Pass auf! Zack! Wusch! Nein! Nein! So, 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 so... Wow! Cool! Echt geil! Das ist natürlich... ok... Es wird machbar! Oh, wir haben nur noch 13 Züge... Jo, ein Hämmer hier! Wie kommen wir nur da ran? Es ist jetzt... Eine gute, berechtigte Frage... Ah! Das mit den Nacktschnecken wird schwierig... Das wird kompliziert hier! Das kriegen wir nicht hin! Nee, nee! Da haben wir auch verschissen! Wobei... ... ... ... Nein! Das... Das kriegen wir nie hin! Das kriegen wir so nie hin! Zwei Züge, zwei Nacktschnecken! Ich glaube, das wird nichts mehr hier! Ach! Das ist echt Wahnsinn! Wir können eigentlich praktisch jedes Level jetzt einmal wiederholen, um es zu bestehen! Das ist doch scheiße ist das! Naja, nochmal von vorne! Nein! Au! Eigentlich habe ich ja alles miteinander verbunden, aber irgendwie hat die Maus nicht mitgemacht und dann habe ich losgelassen und... Pfff! Scheiße war's! Nein! Heute ist nicht mein Tag! Heute ist nicht mein Tag! Heute ist nicht mein Tag! Heute schmeißt er da sein Zahn rein! Das hasse ich ja eh! So, wenigstens füllt sich das Ganze hier jetzt etwas... Wenn man erstmal hier... Ach, das geht ja... Oh, das geht wieder nicht! Hallo! Och, nö! Das kann nicht wahr sein! Ach, jetzt könnte es... Wir packen es wieder nicht! Nur noch 5 Züge! Ich glaube, die wollen uns verkack eiern hier! Die wollen uns hier wirklich verscheißen! Wir haben nicht mal so ein... Diamant... Jetzt haben wir gerade mal einen... Ne, das ist... Unmachbar! Nein! Wieder zu wenig Züge! Dann müssen wir aufgeben! Und nochmal! Ja, ich glaube, das macht jetzt hier wenig Sinn, wenn wir jedes Level hier einmal wiederholen müssen! Och, das ist ja Wahnsinn! Kann mal das Handy aufhören zu pfeifen? Hm? Nein, nein, nein! So wird das nichts! Der lässt da wieder einen Zahnrein blumsen hier! Und das schaffen wir wieder nicht! Und das ist's! Und das schaffen wir wieder nicht! Hochkonzentriert. Dafür machen wir es lieber so. Nein, wenn der da jetzt runter segelt. Sehr schön, das nehmen wir mit. Wir könnten es unter Umständen vielleicht doch schaffen. Okay, das geht. Nicht! Nein! Aber jetzt geht's. Gott sei Dank. Ja, das können... das kriegen... das kriegen wir hin. Das geht mal wieder nicht. Ich weiß nicht wieso. Das geht ja wieder nicht. Wieso ist denn das hier so eine Zitterpartie? Das geht auch nicht. Aber das geht. Das geht auch wieder nicht. Was anderes bleibt noch nicht übrig. Nein! Verdammte Scheiße! Tja, liebe Leute. Das war's. Wir machen Werbung. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Scheiße war's.